Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video und wir wünschen euch einen wahnsinnig schönen Sonntag, Morgen, Mittag, Abend oder wann immer ihr dieses Video jetzt guckt. Da oben steht Dauerwerbesendung, ihr wisst es, wir machen hier Werbung für Bücher, es sind auch Rezensionsexemplare tatsächlich dabei, das heißt wir bekommen diese Bücher, um sie euch vorzustellen, um sie zu rezensieren, was wir darüber sagen, da mischt sich allerdings der Verlag nicht ein. Wir müssen sie also nicht positiv besprechen dafür, dass wir sie bekommen, wir müssen sie einfach nur lesen und unsere Meinung dazu sagen. Keine weiteren Vorschriften vom Verlag. So, in der Infobox findet ihr Links zu Amazon, wenn ihr da drüber bestellt, bekommen wir Prozente, weil wir im Partnerprogramm sind. So, jetzt sind wir transparent wie möglich für euch und dann geht es jetzt los. Ich hoffe, ihr hattet eine richtig schöne Lesewoche. Ja, bei uns ist es weniger geworden, als wir gedacht hatten. Wir hatten ja gedacht so, oh, das wird eine tolle Woche, da können wir mal richtig relaxed ziemlich viel lesen, aber dann kamen wieder totale Stresspunkte dazwischen, Sachen, um die wir uns kümmern mussten und die uns auch noch richtig genervt haben. Ja, und vor allen Dingen kam uns noch was dazwischen und das war das Wetter. Leute, wir hatten gestern Morgen 25 Grad um 6 Uhr morgens. 25 Grad. Das heißt, die ganze Nacht war es unerträglich. Das heißt, wenig Schlaf, unruhiger Schlaf und vor allen Dingen, ich hatte gar keine Lust zu irgendetwas mehr. Weder zum Lesen, noch zum Fernsehgucken, noch zum... Ach, zu nichts. Also auch Emmy hatte keinen Bock mehr. Die wusste nicht mehr, wo sie sich hinlegen sollte. Jetzt kommt es auch gleich wieder an. Ja. Ja, es wird dauernd der Platz gewechselt. Genau, weil es einfach zu warm ist. Bloß nicht auf Teppich oder so liegen. Und es ist einfach... Also gestern war wirklich ein grausamer Tag. Also da war die Luft verbraucht. Es war... Ich liebe klar, Waldluft war schon morgens nicht da. So dann gegen Abend kam endlich ein Windchen auf und dann haben sie ja alle angefangen zu grillen. Und man hat... Ordentlich Spiritus drauf. Man hat diesen Spiritus-Kohle-Geruch in der Nase und das ist auch nicht das, was man will. Und dann waren wieder die Fans dazu und man fühlte sich genervt von der ganzen Welt. Und ja, nee, war nicht so unsere Woche. Körperlich ging es mir dafür besser als erwartet. Toi, toi, toi. Aber es war halt einfach nicht viel Zeit da zum Lesen. Und auch irgendwo nicht unbedingt die Lust zum Lesen. Also wenn ich dann was gemacht habe, für mich so in Spannung, habe ich YouTube geguckt. In erster Linie. Ich habe... Ja, die neue Halloween-Deko ist nämlich raus. Und da haben wir natürlich bei unseren Lieblings-Youtubern geguckt. Was gibt es denn da, falls in Amerika? Ja, und ich muss sagen, ich finde das immer ganz, ganz toll. Ich gucke das unglaublich gerne. Und dann nachher denke ich immer, shit, hier gibt es sowas nicht. Das kommt hier niemals an. Du wirst niemals hier irgendwo diese Sachen finden. Ja, manche... Das ist ein bisschen schade, aber letztendlich, ich gönne es ihnen. Ja, manche Läden sind aber auch so, dass wir gedacht haben, nee, ach nee, das gefällt uns alles nicht. Das war schon dieser Grusel... Splatter-Horror. Boah, nein, 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 aber... Heute kann ich hier irgendwie... Das Kissen liegt unbequem. Mist. Egal. So, jedenfalls, ja, es war nicht unbedingt unsere Lesewoche. Ich habe aber tatsächlich die beiden Bücher, die ich beenden wollte, habe ich beendet. Und Mar hat zwei Bücher beendet. Genau. Und dann wollen wir auch gleich mal mit den Büchern starten. Fange ich einfach an. Dann fang du einfach an. Gut, dann fange ich an. Und zwar Alexander McCall-Smith, ein Krokodil für Maramotswi. Ich hoffe, ich spreche das so richtig aus. Und ich muss sagen, ich bin total begeistert. Ihr habt wahrscheinlich oder bekommt jedenfalls dafür noch eine Einzelbesprechung. Darum gehe ich da jetzt nicht so bis ins letzte Detail drauf ein. Wir waren jetzt auch am überlegen, ob wir tatsächlich die Einzelbesprechung nicht machen, weil wir einfach gerade aus Zeitgründen oder so nicht so sehr dazu kommen. Haben jetzt das Ganze schon mal aufgenommen. Hatten gedacht, okay, Ende der Woche, dann können wir euch die Bücher ja vorstellen und so weiter. Aber das wird nichts, Leute. Wir fühlen uns von dem anderen gehetzt, dass er daneben sitzt. Wir haben nicht unsere Punkte. Wir haben das Gefühl, wir werden den Büchern nicht richtig gerecht. Und nach einer Stunde für vier Bücher haben wir gedacht, nee, so läuft es irgendwie nicht. Und vor allem, man weiß auch nicht mehr, wenn Sina dann loslegt oder ich loslege, das geht, ja, wechselwirken, weiß man dann auch nicht mehr, wo will man hingucken, was will man machen. Man will sich hier ja nicht so hinsetzen und hoffentlich hört die bald auf. Ich habe dann mir schon mal das Buch gegriffen und habe da drin rumgeblättert und so weiter. Was mich natürlich auch wieder nervös gemacht hat. Oh Gott, was sucht die denn da jetzt? Habe ich wieder irgendwas daneben gesagt? Oder passt das jetzt gerade nicht? das wird nichts, ihr werdet mit den Einzelbesprechungen leider leben müssen, ich weiß sie haben nicht die Klickzahlen, aber wir machen sie trotzdem, nicht nur weil es anders auf diesem Kanal einfach nicht richtig funktioniert, weil wir ihn halt zu zweit haben sondern einfach auch, weil wir den Büchern gerecht werden wollen und sie euch wirklich vorstellen wollen und es war dann auch wieder zu sehr, ich fand das, ich fand das ich fand jenes und nicht wirklich hier, das ist das Buch, vielleicht ist es was für euch ich fand es jetzt nicht so toll oder ich fand es ganz toll. So, aber jetzt zurück, Butter bei der Fische Ein Krokodil für Mara Motzwe und ich muss sagen, ich bin total begeistert, das Buch hat mir richtig gut gefallen, es hat mir schöne Einblicke in die afrikanische Kultur gegeben, ich habe tolle Vögel entdeckt, ich habe eine Detektivin nach meinem Herzen entdeckt obwohl sie kein Hundefreund ist aber sie ist sehr lebensklug sie ist auch sehr gelassen ich bewundere sie dafür sie ja, es gefällt mir, dieses Buch gefällt mir unglaublich gut es sind ja, aber eins kann ich gleich sagen wenn ihr Krimi-Fan seid und ihr meint das ist jetzt ein Krimi dann geht ihr mit den falschen Erwartungen ran, es ist wirklich so die Geschichte ihres Vaters wie sie selber so wurde wie sie ist, also ihre Lebensgeschichte dann kommen die ersten Fälle in die Detektei und es geht auch darum am Anfang läuft es nicht so gut und ja, so ganz, ganz zarte Liebesgeschichte bahnt sich an obwohl Mara Motzwe nicht mehr heiraten möchte es ist schon also nicht unbedingt wirklich der Krimi, es ist nicht langweilig dabei, versteht mich da nicht falsch aber es sind mehrere Fälle die halt erzählt werden und ja mir hat es super gut gefallen man hat sich jedes Mal darauf gefreut es zu lesen und man hat auch letztlich eine Freundin von ihr hat es abgebrochen gehabt kam damit nicht klar die ist totale Krimi-Fan-Leserin und man hat immer wieder so oft geredet darüber dass die jetzt gesagt hat ja, vielleicht sollte ich mir das doch nochmal angucken also es sind sieben Bände glaube ich ich glaube es ist eine siebenbändige Reihe zumindest steht das vorne drin sie ist schon ein bisschen älter sie ist 22 Jahre alt die Reihe und deswegen nicht mehr ganz so up to date wie heißt es in der Musik immer so schön oldies but goldies also ich muss sagen dass mir das super gut gefallen hat Alexander McCoy Smith war ja für mich auch kein Unbekannter mehr ich habe schon von ihm zwei, drei Bücher gelesen gehabt und die haben mir auch immer ordentlich was zu denken gegeben ein richtig tolles warmherziges Buch atmosphärisch und obwohl ich kein großer Afrika-Fan bin das ist kein Land in dem ich mich wohlfühlen würde dafür ist es schon mal zu warm da fängt es an und es ist auch nicht unbedingt die die Landschaft oder so wo mal das Herz auf geht außer mich ein bisschen schissig was zum Beispiel Schlangen und solche Sachen angehen also von daher ihr habt ja alle so Leseorte zu denen ihr bevorzugt greift und Afrika ist sowohl bei mir als auch bei Mar nicht unbedingt das bevorzugte Leseland also Mar ist aus ihrer Komfortzone wirklich gegangen weil sie hat das seit Jahren Jahren schon auf dem Wunschzettel hat sie die im Blick und hat immer gesagt ach das ist Afrika nein darüber lese ich nicht so gerne und jetzt hat sie dazu gegriffen und es ist ein Fünf-Sterne-Buch ich glaube sogar es ist bis jetzt dein Monats-Highlight ja es streitet sich da ein bisschen mit der Katze mit Hut aber ich glaube sie wird gewinnen ja also letztendlich guckt euch dann die Einzelbesprechung an weil Mar ist mega begeistert sie hat mir viel erzählt es waren die einzelnen Geschichten die sie toll fand und Mar hat auch gesagt ich kann nicht glauben dass das ein Mann geschrieben hat es ist ein es ist schon sehr feministisch und Mar fand es einfach großartig also wirklich ein ganz ganz tolles Buch und ja wie Sina schon sagte ich konnte mir das nicht wirklich vorstellen ich habe dann auch nochmal geguckt bei ihm er ist aber glaube ich entweder in Afrika geboren und ich meine auch aufgewachsen also nur geboren nutzt ja auch nichts aber ja von daher weiß worüber er schreibt und das Buch hat mir super gut gefallen ein ganz ganz tolles Buch obwohl ein Tier zu Schaden kommt ja tut es ich werde euch aber nicht verraten was es ist so nee es war sogar ja so wenn ich noch länger nachdenke werden es noch mehr darum nein also alles gut so also dann kommen wir zum ersten Buch das ich beenden konnte in der Woche und das ist nur noch ein bisschen Glück und ich muss sagen ich bin froh dass ich es hinter mir habe ich weiß das ist sehr ich finde es sehr schade so etwas über ein Buch sagen zu müssen aber genau so habe ich es empfunden und ich habe in erster Linie euch gegenüber über die Verantwortung ehrlich zu sein und einfach zu sagen was ich denke über ein Buch und ich bin immer diejenige die gerne hinter ihrer mit ihrer Meinung ein bisschen zurückhält ich bin immer diejenige die niemanden verletzen will ich bin immer diejenige die auch weiß dass ihre Meinung nicht Götterspruch ist deswegen tue ich mich auch unheimlich schwer damit Sterne zu vergeben das war in dieser Woche war es ein riesiges Thema ich habe mich sogar vor die Kamera gesetzt um mit und versucht ein Video aufzunehmen wo ich darüber geredet habe weil ich wirklich nicht mehr wusste was ich machen sollte ob ich jetzt noch weiter Sterne vergeben sollte oder es lassen sollte weil ich einfach mich nicht wohl fühle damit Sterne zu vergeben aber letztendlich muss ich lernen mehr zu meiner Meinung zu stehen und auch einfach diese Meinung ins Internet auch raus zu hauen weil ich bin auch dankbar wenn ich ein Buch nicht klarkomme dass ich nicht denke ich lebe auf einem fernen Planeten und alle Leute finden dieses Buch großartig und niemand meint dieses Buch ist nicht so toll deswegen ich bin dann immer dankbar wenn da wenigstens eine steht die dann sagt nee ich sehe es genauso wie du und du hast nicht eine komplett falsche Wahrnehmung es gibt auch noch andere die es ähnlich wahrnehmen also okay das heißt für mich lernen zu meiner Meinung noch stärker zu stehen was nicht immer leicht ist aber dieses Buch war wirklich nicht meins darf ich nochmal ganz kurz also diese Sterne Bewertungen haben sich einfach durchgesetzt ob wir zu Amazon gehen zu Lovely Books zu Goodreads überall wird mit diesem Fünf-Sterne-System halt gearbeitet und ganz einfach um es euch auch einfacher zu machen haben wir gesagt okay wir bleiben dabei dass manche Sachen grenzwertig sind wissen wir alle das ist nur ein Punkt also entweder gar keine Sterne oder nur einen Stern für es hat mir nicht gefallen und dagegen noch eine etwas größere Palette in den positiven Bereich gibt ist vielleicht auch nicht ganz so glücklich aber letztendlich man kann zetern es hat sich durchgesetzt und darum werden wir dabei beleidigt für mich heißt es jetzt Fünf Sterne heißt Bombe super toll ich bin begeistert Anwärter auf Monatshighlight oder auf Jahreshighlight es war wirklich ein Buch das ich auch so schnell nicht vergesse ein Buch das ich im Regal stehen haben will ein Buch das ich wahrscheinlich noch nach Jahren in die Hand nehme und denke oh das war gut dann haben wir die Vier Sterne Bücher die waren gut ich hatte meinen Spaß damit es sind Bücher die ich auch tatsächlich irgendwann im Regal haben will aber die jetzt nicht so gut sind dass ich denke wenn ich die wieder zur Hand greife sind große Gefühle da also für mich ist es dieses der letzte Funken fehlte das können irgendwelche Kleinigkeiten sein das ist aber einfach dieses ich bin nicht völlig hin und weg genau es wird jetzt kein Buch sein weil wisst ihr wenn wir Bücher aussortieren oder so manche Bücher halte ich einfach schon gerne in der Hand weil ich mich an die Geschichte an die Personen zurückerinnere das sind meine Fünf Sterne Bücher weil ich einfach weiß okay das wird noch nach Jahren werde ich Emotionen für dieses Buch haben Vier Sterne Bücher sind gute Bücher die möchte ich auch gerne in der Hand haben ich werde auch sicherlich gerne an sie denken und wenn sie mir in die Hand fallen wird es aber nicht so so überschwängliche Gefühle geben so dann sind die Drei Sterne Bücher die sind okay die können in meiner Sammlung sein aber es tut mir nicht weh wenn sie fehlen so und dann haben wir die Zwei Sterne Bücher und das sind jetzt einfach die Sterne die Bücher die haben mir nicht gefallen die will ich auch nicht in meiner Sammlung haben hier bin ich tatsächlich bei diesem nur noch ein bisschen vom Glück im ersten Impuls wollte ich es noch nicht mehr in meiner Jahresliste aufgeführt haben weil ich einfach so tief enttäuscht von diesem Buch war es hat ich kam mit der Protagonistin nicht klar sehr lange Zeit habe ich gedacht warum handelt die wie die sie handelt nicht dass ich das aufgeklärt hatte aber im Laufe des Buches wurde sie mir nachvollziehbar teilweise die Sprache gerade auch bei den Bettszenen rutscht ins Vulgäre ab die Bettszenen sind sehr vulgär was ich nicht gedacht hätte bei diesem Cover nicht dass es mich stören würde weil ich lese sie ja nicht aber alleine dadurch dass woher weißt du das ganz einfach weil bestimmte Worte einem auffallen wenn man sagt ah naja da sind sie noch im Bett aha aha und ich hä und das eine Mal habe ich wirklich gesagt hä Ma hör mal erwartest du dass so etwas da steht bei so einem Cover und man hat gesagt nein so und ähm also das ist jetzt kein ich finde diese Wohlfühlbücher sind oftmals auch Familienreads sozusagen Sachen die man ähm mit äh da rumliegen hat und äh sich gut mit seiner Tochter im pubertären Alter vielleicht auch über die Story unterhalten kann einfach ein Buch dass man ihnen den Urlaub mitnimmt und alle haben was davon das ist nicht so ein Buch meiner Meinung nach da wenn man nicht wirklich ein sehr offenes Verhältnis hat ist es ein Buch wo man dann schon rot wird dass man sowas gelesen hat mhm dass so eine Sprache da fällt fand ich also nicht wirklich passend ähm es wurden viele kritische Themen dann noch angesprochen äh Homosexualität und ähm was heißt kritische Themen aber schon ernstere Themen aber sie wurden in einer so gut Weltmanier aufgearbeitet als wäre es jetzt eine Full House Folge bei Full House weiß ich okay es ist eine 20 Minuten Folge das muss geklärt sein am Ende gibt es eine Umarmung ich liebe die Serie aber ja in einem Buch erwarte ich da schon mehr und ich fand es einfach nicht gut gelöst es war so mehr so wie ah das Thema nehmen wir jetzt noch mit rein weil es gerade angesagt ist und ich habe es einfach nicht passend aufgearbeitet gefunden dann kommt ein Showdown der so effekthaschend ist dass ich gedacht habe das kann nicht sein das ist jetzt wirklich over the top die wollen da jetzt Spannung reinbringen ich fand es emotional nicht gut gemeistert auch wie die Leute darauf reagieren und dann wenn ihr nicht wissen wollt was passiert ist es ist wirklich nur mini 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 Punkte der Plotline was mich aber einfach gestört hat dann spürt bitte gestört hat ist gut sie saß da und äh hab erstmal paralysiert ins Buchregal gestarrt und hab gedacht das kann jetzt nicht sein danke war ein netter Abend und das Buch ist jetzt völlig unten durch bei mir es war schon vorher nicht gut stehend jetzt ist es richtig durchgerutscht wenn ihr nicht wissen wollt was passiert dann spurt gerade bitte eine zwei Minuten weiter du hast ja auch noch die Einzeldings na in der Einzeldings werde ich nicht darauf eingehen außer dass Dings ist hier nehme ich mir mehr Zeit für meine Meinung in der Einzelbesprechung gehe ich mir auf das Buch ein um euch wirklich zu sagen könnte es etwas für euch sein also wenn ihr das jetzt nicht hören wollt spurt bitte zwei Minuten weiter so ich hoffe jetzt sind nur noch alle Leute da die das hören wollen also es wird ein Hund der Hund des Besitzers angeschossen glatter Durchschuss das erfährt man dann später also der Hund überlebt aber er liegt da völlig völlig Dings in seiner Blutlache und ich fand es unnötig es war einfach nur schlichte Effekthascherei es war völlig überdreht am Schluss und ich fand es daneben ich fand es richtig daneben also das hätte jetzt echt nicht sein gemusst und es hätte nicht in dem Buch sein gemusst und ich habe die letzten Seiten dann auch nur noch überflogen ich kann euch also auch nicht genau sagen wie sie jetzt emotional darauf reagieren aber das was ich gelesen hatte habe ich nur gedacht ich kenne keine Person keine Person die den Abend so schnell so gelassen aus dem Kopf streichen würde es wird zwar gesagt dass man nochmal darüber redet oder so aber letztendlich wenn mein Haustier das mitgemacht hat ich mit einer Pistole bedroht wurde und so weiter Leute das ist nicht Nebensatz fällig also na egal ich habe es aber wie gesagt nur noch die letzten paar Seiten habe ich dann überflogen habe gedacht okay Gott sei Dank letzte Seite Ende Tschüss ich kann aufhören ich war noch nie so erleichtert ein Buch tatsächlich beendet zu haben und ich muss sagen ich bin wirklich richtig sauer geworden und sauer aus dem Grund weil man den Büchern einfach nicht mehr vertrauen kann da ist so ein Cover da steht nichts von irgendwelchen Sachen das ist ja schon mittlerweile so dass es geht mir nicht alleine so ich weiß das auch von einer Freundin die lässt ihren Sohn immer gucken sag mal guck mal gerade ist am Ende der Hund die Katze oder sonst wer noch da oder wie oft habe ich das schon gemahnt oder wie oft hat Sina das das eine Mal habe ich gedacht ist ja geil echt da krepierte der Hund elendig auf den letzten zwei Seiten ich habe gedacht was hä bitte bitte Leute ma das liest du nicht und ich habe die Bilder im Kopf und ich habe dann nur noch gesagt nee das guckt nicht mehr vor da frage ich mich immer erstens wer schreibt sowas zweitens warum schreibt man sowas es selber zu verarbeiten das mag sein aber ich will damit nicht konfrontiert werden ich sage jetzt ja auch nur eins hat alles seine Berechtigung irgendwo in irgendwelchen dramalastigen Romanen aber wenn ich so einen Titel habe so ein Cover habe will ich das nicht da will ich kein Unglück ist okay das passiert jedem wir wissen das Leben ist kein Ponyhof aber dann will ich nicht noch zusätzlich mit naja sind wir ehrlich ich will es einfach nicht und ganz ehrlich ich frage mich dann immer haben diese Leute selber kein Haustier stellt euch das mal vor ihr seid so richtig schön da in eurer Komfortzone und dann lest ihr so etwas kurz vorm Schlafen gehen wer will das ich finde es unmöglich ihr wollt zumindest vorbereitet darauf sein und das ist ich weiß ganz genau euch geht es genau wie uns manchmal ziemlich schlecht ihr habt mit Depressionen mit Panikattacken mit allem möglichen auch zu kämpfen und da will ich das nicht ich will das nicht wenn ich zu so einem Buch greife greife ich bewusst dahin um eine schöne Zeit zu haben und nicht mich mit so etwas zu konfrontieren und das finde ich läuft gerade ganz ganz böse gut es sollte eine Action Szene sein egal kann man Action nicht auch anders ich bin Debattierer ich sehe beides von beiden Seiten und natürlich ist diese Berechtigung da nur ich möchte vorgewarnt werden vom Verlag ich möchte mich nicht so hintergangen fühlen das ist doch genauso wie dieses Buch das neue von Susan Elizabeth Phillips und wenn sie tanzt so ich kenne sie ja noch von paar Jahren da habe ich ja mal so eine heiße Phase gehabt da habe ich die fast alle gelesen waren immer lustige Frauenromane frech sexy auf alle Fälle war da nichts mit irgendetwas was einen belasten konnte und dann kommt Sina mit diesem Ruf an und vorne ist diese Frau und wenn sie tanzt und es sieht nett aus und Sternchen und hinten steht nichts und tut mir leid nein ich habe jetzt erst gerade von zwei Leuten die tatsächlich auch Susan Elizabeth Phillips noch nicht kannten gehört dass sie völlig geschockt waren und es mega mies fanden dass der Verlag sie nicht darauf vorbereitet hat was in dem Buch drin war so und es gibt auch mehrere Möglichkeiten erstens es gibt Drama es gibt Cover die sehen schon nach dreimal aus es gibt auch Titel die darauf hinweisen und vor allen Klappentexte ganz wunderbare Erfindung und vor allen Dingen es gibt sowas wie Pseudonyme das macht zum Beispiel eine Nora Roberts wenn die ihre Swiller schreibt dann schreibt sie unter einem anderen Namen das macht eine Eva Föller Kerstin Gier hat es damals gemacht das machen so viele warum muss das sein warum lässt man den leser ich sag es jetzt mal absichtlich brutal ins offene Messer laufen es gibt Autoren da wisst ihr nicht worauf ihr euch vorbereitet oder woran ihr seid die gibt es immer weniger weil alles nur zu einer Marke ausgebaut wird und es gibt tatsächlich beständige Marken im Buch egal danach greift man um bestimmte Sachen zu bekommen das ist doch wenn ihr einen Film von Hitchcock guckt wisst ihr worauf ihr euch einlasst dann könnt er nicht sagen jetzt fürchte ich mich jetzt habe ich Psycho gesehen und ich gehe bestimmt eine Woche lang nicht mehr unter die Dusche und wenn nur bei Licht und ich weiß da sind noch andere da oder ich gucke Tim Burton weiß ich auch was ich kriege so es sind Marken es sind keine realen Menschen mehr über die wir reden es sind Geschäftsmodelle es sind Marken egal J.K. Rowling ihren Krimi unter einem anderen Namen rausgebracht okay irgendwann hat sie ihr Pseudonym gelüftet aber letztendlich war klar ihr erwartet euch nicht Harry Potter genau egal wie immer geht bei dem Thema total ab weil ich hätte ich das Buch bekommen ich hätte es nicht zu Ende gelesen und es hätte von mir eine ganz andere Besprechung bekommen ja ich würde jedenfalls euch das Buch obwohl ich es eigentlich nicht vorstellen wollte ich werde es euch vorstellen ich werde es euch auch relativ neutral vorstellen natürlich werde ich euch sagen auch am Anfang dass es mir nicht gefallen hat aber in den Buchvorstellungen geht es halt wirklich darum die Bücher vorzustellen und da hat meine Meinung weniger was zu suchen also ich war extremst enttäuscht und ich war noch nie so glücklich ein Buch dann doch zur Seite legen zu können und hätte ich das gewusst ich habe es ja schon abgebrochen letzten Monat ich hätte es bei dem Abbruch gelassen aber das war wirklich das war nicht gut dass ich das nochmal aufgenommen habe das war wirklich 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 nicht gut so dann kommen wir zum nächsten was Margen so und dann kommen wir zu Sophie Willer Peggy Gungheim und der Traum vom Glück so und da muss ich sagen ich habe das Buch sehr gerne gelesen es wird von mir vier Sterne eigentlich sind es 4,5 Sterne bekommen es hat mich in die Welt der 30er Jahre nach Paris halt entführt ich fand es sehr spannend man hat ja auf der einen Seite halt die Entwicklung von Peggy Gungheim von der noch nicht ganz Galeristin bis zu der Frau die dann irgendwann ein Museum eröffnet das Buch umfasst die fünf Jahre die sehr turbulent sind natürlich Paris 1937 es ist Weihnachten 1937 fängt das Buch an und es endet 1942 ich glaube im April bin ich jetzt aber nicht ganz sicher oder im Oktober ja und natürlich ihr wisst es alle der zweite Weltkrieg rollt an ist schon teilweise im Gang und ja es war auf der einen Seite ein bisschen bedrückend es hat mir aber ganz ganz viel zum Nachdenken gegeben das fängt mit der Situation der Flüchtlinge an Frau Gungheim wie sie irgendwie mal sagte sehr luxuriös natürlich geflüchtet kann man nicht anders sagen wenn ihr wisst was ein Klipper ist wenn nicht dann guckt euch das mal an ich kannte die dinge auch nicht das waren große Flugzeuge da war alles an Bord Cocktailbar Speisesaal alles mögliche die Flugzeuge konnten auch auf Wasser landen also absoluter Luxus Posi wurden auch gleich mit einem Cocktail begrüßt dass sie noch ja ich sag mal Last Minute Flug war das sonst wäre es für die auch ein bisschen anders wahrscheinlich ausgegangen dann dieses ganze Thema entartete Kunst wie andere Menschen natürlich flüchten mussten was für eine Situation ist wenn man darauf wartet ausreisen zu dürfen nicht weil man will sondern weil man muss und zwar dringend und nicht aus irgendwelchen Jobgründen sondern weil es wirklich ums nackte überleben geht von bekannten und freunden die dann irgendwann verschwinden es war schon sowohl interessant als auch ein bisschen bedrückend obwohl es nicht so bedrückend geschrieben wird ich muss sagen Peggy Guggenheim ist für mich eine interessante persönlichkeit das bedeutet nicht dass sie mir unbedingt sympathisch sein muss dafür ist sie kann ich sie manchmal einfach nicht nachvollziehen also ich halte sie nicht für die wahnsinnig gute Mutter auch nicht besonders fürsorglich ich bin da vielleicht eher die Glocke ja durch es ist halt nicht dein lebensentwurf ganz genau sie war halt auch kunstsammlerin aus leidenschaft sie ist dann ja in paris geblieben mit dem vorsatz ich kaufe jeden tag ein bild wir hatten da schon eine kleine diskussion drüber sie sagt sie ist halt auch in den ruf gekommen die situation ausgenutzt zu haben hier im Buch wird gesagt sie hat den künstlern den lebenpreis gezahlt der genannt wurde es sei denn er war einfach utopisch ansonsten hat sie da wohl nicht diskutiert und das war sehr häufig ja noch das geld für das ticket damit die leute raus konnten und sie hat die kunst halt in sicherheit gebracht ich treten auch an sie heran und es ging dann um eine gruppe die kein geld hatte um flüchten zu können und der war halt der arzt der künstler und sie sagt irgendwie aber der ist ja kein künstler und wie viel wert sie darauf gelegt hat dass die kunst gerettet wird und manchmal hatte ich eben so ein bisschen das Gefühl es ging hier mehr um die kunst als das buch jedenfalls hat mir viele eindrücke gegeben und ich fand es wirklich sehr interessant und spannend zu lesen ja dann kommen wir zu dem buch das ich noch beenden konnte und das ist Catching Magic auch ein Rezensionsexemplar übrigens Peggy Guggenheim war ein Rezensionsexemplar und es waren Rezensionsexemplar nur noch ein bisschen Glück und ja dann kommen wir jetzt halt wirklich zu Catching Magic ich kann hier kaum sitzen heute das ist so unbequem egal das musst du jetzt aussitzen das muss ich jetzt aussitzen so also jedenfalls Catching Magic hat von mir drei Sterne bekommen ich werde die Reihe nicht weiter verfolgen sie hatte gute Punkte ich mag drei Sterne durchaus gerne weil ich lese auch ganz gerne drei Sterne Rezension oder ich mag drei Sterne Rezension so als jemand der sich das anguckt weil es negative Punkte und positive Punkte hat irgendwie so das Beste aus beiden Welten das hat hier drei Sterne von mir bekommen weil ich ja nicht wirklich warm geworden bin mit den Charakteren auf der anderen Seite fand ich die Magie doch ganz gut und auch die Idee dahinter aber ich fand die ja die Umsetzung irgendwie es interessiert mich nicht wie es weitergeht und es ist noch etwas das war der riesen Fauxpas den man bei mir machen kann wenn man ein Autor ist und das ist je einer Person ein Geheimnis geben in das der Leser nicht eingeweiht wird und das künstlich richtig in die Länge zu ziehen ich rede ich rede hier nicht von einem Geheimnis wie bei Amy on the Summer Road da fand ich es sinnig dass sie so lange der Leser im Dunkeln getappt hat weil sie auch selber diese Sachen nicht mehr hochholen wollte für sich sie hat einen riesigen Stein draufgepackt und sie war selber wollte sie nicht ran so hier geht jemand andauernd an sein Geheimnis versucht sogar noch das was er getan hat zu ändern aber rückt nicht damit raus ihr wisst nicht was es ist und das wird so künstlich in die Länge gezogen das Buch wäre für mich so viel besser gewesen wenn das nicht gemacht wäre weil ich frustriere daran ich denke dann irgendwann erstens ich mag die Person dann nicht weil sie ja zu mir als Leser kein Vertrauen aufbaut und das andere ist dass ich sage Mädel behalte dein Geheimnis interessiert mich nicht mehr was du da hast das ist genauso wie wenn jemand sagt am liebsten würde ich es dir ja sagen aber ich kann es dir nicht sagen irgendwann würde ich sagen dann rede doch gar nicht darüber da werde ich wahnsinnig drüber und das mag ich nicht also naja egal jedenfalls sie hat dieses Geheimnis sehr sehr lange aufrechterhalten hat immer wieder darüber gesprochen hat versucht es zu ändern hat den Leser immer wieder mit hingenommen immer wieder mit der Nase reingedrückt ich habe ein Geheimnis ich habe ein sogar noch jemand in einer Szene seid ich dabei wie jemand erfährt was sie getan hat und ihr fahrt es immer noch nicht so und dann im dritten vierte im vierten drittel egal irgendwie so irgendwann gegen ende gegen ende erfahrt ihr dann tatsächlich was sie getan hat und dann wird alles so aufgelöst und ich fand es ich bin mit den personen nicht warm geworden es hätte ein paar seiten mehr gebraucht ich dachte da wären auch tatsächlich noch ein paar mehr ich glaube es waren 30 seiten die noch angezeigt wurden im reader und der rest war werbung für andere bücher und ich habe gedacht okay ich bin durch hätte ich nicht mit gerechnet und nein es war halt es war sicherlich gut und ich kann es euch empfehlen also ich denke dass viele von euch auch charaktereinsichten gebraucht es hätte individuellere charaktereinsichten gebraucht und vor allen Dingen es ist beschrieben aus immer ich perspektiven es wechselt von einer ich perspektive zur nächsten ich perspektive ich mag es in unterschiedlichen personen zu sein deswegen schreibe ich ja auch so bei mir ist ja nie einer erzähler sondern sind es ganz viele jede handelnde person kann ein erzähler werden das liebe ich weil ich es mag die Einzelheiten von anderen Gesichtspunkten zu sehen und mich einzufühlen und zu wissen was der andere auch wirklich denkt warum er jetzt so handelt auch wenn ein anderer charakter da noch steht und denkt was macht der da das liebe ich das ist auch das was ich beim schreiben liebe mich immer wieder in andere köpfe zu versetzen aber ich weiß welche hohe kunst es ist aus unterschiedlichen ich perspektiven zu schreiben also tue ich nicht und das ist halt einfach auch etwas was da unglücklich gelaufen ist ihr habt viele ich perspektiven also ihr habt skylar der erzählt ihr habt blake die erzählt ihr habt ne glaube ich die erzählt und ich weiß nicht ob kosmo noch erzählt oder wie er nochmal hieß jedenfalls ihr hat unterschiedliche erzähler aber sie unterscheiden sich nicht von dem erzählstil ihr habt immer wieder den gleichen erzählstil zumindest waren für mich nicht wirklich unterschiede da drin das und ihr wisst es selber jeder schreibt anders und wenn man immer erzähle ich perspektive wählt das ist eine hohe kunst das wirklich gut hinzubekommen und ja gut aber das wäre jetzt nicht in bewertung oder so mit eingeflossen weil ich einfach weiß okay das ist echt eine hohe kunst und das gibt ein zusatzsternchen wenn das jemand richtig gut schafft aber insgesamt es war gut ich konnte es oftmals nicht nachvollziehen wie der die handelnden personen okay vielleicht bin ich auch einfach ein paar donnerstage zu alt ich war schon alt mit 20 da hat man schon gesagt mir ich hätte die seele einer 50 jährigen also die uralte morla genau die uralte morla ich bin halt einfach nicht wirklich jung gewesen in meinem leben ich war vielleicht mal kind aber nicht mehr jugendliche und ich war auch keine junge erwachsene ich war immer irgendwie leicht erwachsen und vielleicht sogar schon als Kind ich wollte als Kind auch nichts mit anderen Kindern zu tun haben also okay gut sagen wir ich war immer eine kleine erwachsene und ich kann mich da nicht rein versetzen in deren Handlungsweise aber auch vor allen Dingen habe ich oftmals ein bisschen die Magie hinterfragt also so ganz war ich nicht in dieser Welt dass mein innerer Fragenkatalog aufgehört hätte und ihr wisst ich lese nicht um zu bewerten ich lasse das alles auf mich wirken und im Nachhinein setze ich mich hin und sage okay wie hat mir das Buch gefallen und habe da meine Liste die ich mir ausfülle um mir selber auf die schliche zu kommen wie hat mir das Buch wirklich gefallen nur hier ging der Denkapparat nicht aus und ich habe das Buch analysiert beim Lesen und es hat nicht aufgehört und das ist schade deswegen nur drei Sterne aber euch muss das bei Längen nicht so gehen ich mache auch eigentlich um Young Adult einen Bogen weil ich einfach ahne dass mir das Genre nicht liegen wird hier sind wir eher in diesem Young Adult Bereich probiert selber aus wenn ihr vor allen Dingen solche Bücher mögt dann lasst euch auf keinen Fall abschrecken ich werde euch noch eine Besprechung abdrehen da werde ich euch mehr über Story sagen mehr über Weltenaufbau wie das mit der Magie funktioniert und so weiter und so fort hier in diesem Ende der Woche bekommt ihr ja nichts als meine Meinung dafür nehme ich mir nicht den Platz bei den Einzelbesprechungen weil ist ausbaufähig und das ist auch ein Grund warum so wenig gelesen wurde in den anderen Büchern bin ich nämlich tatsächlich so gut wie keinen Schritt weiter gekommen ja also ich muss sagen ich bin mit meiner Lesewoche obwohl zwei Bücher nur sind bin ich bestens zufrieden ich war gerne in Paris ich habe gerne die ganzen Künstler getroffen ist doch schön wenn Mama zu einer Party zumindest gedanklich reisen kam von James Joyce und solche Leute wie Samuel Beckett Max Ernst und Dali und so weiter kennenzulernen das heißt seine Frau ja und man kann sogar nach Afrika reisen alles mit Hilfe eines Buches und von daher kann ich sagen ich bin sehr zufrieden mit meiner Lesewoche es wird schon wieder warm ich will hier weg ich will von der Kamera weg es ist widerlich ich muss was anderes anziehen ich muss gucken ein weicheres Kissen unter meinen Hintern und dann läuft alles ich weiß es nicht habe ich nur das Gefühl oder ist das der blödeste Sommer seit langem also mir gefällt der Garten noch nicht mal lassen wir Corona jetzt mal bei der Seite aber alleine vom Wetter ich finde es ätzend ich finde es gerade mega belastend und kräftezehrend ja so könnte man es nennen ich hätte mir einen Pool im Garten und einem schönen grünten Garten so ein bisschen mit Waldstück und viel Wiese und so weiter wäre ich auch eher der Sommer Fan ja aber das Problem ist hier ist ja alles drumherum mit Steinen und die heizen sich natürlich auch noch auf und da kommt dann ja noch die Wärme aus die sich so gespeichert hat über den ganzen Tag die kommt dann abends ja noch zusätzlich hoch und das ist echt doof gelaufen okay Leute aber was soll es die Tomaten wachsen umso kräftiger wir wünschen euch eine wunderschöne nächste Woche wir drehen jetzt noch ab unseren Start in die Woche in anderer Kleidung vielleicht ein wenig luftiger vielleicht ein bisschen höher weil sie in ein dickes Kissen unterm Pogen genau das brauche ich jetzt alles und wir wünschen euch jedenfalls einen schönen restlichen Sonntag oder wann immer ihr das gesehen habt bis dann tschau